Aber es gibt tatsächlich im stationären Handel so wenig für große Größen. Und das Einkaufen macht keinen Spaß. Also wenn natürlich dann große Ketten wie H&M auch noch die großen Größen komplett in den Online-Bereich verlagern, triggert mich das nicht so, weil ich eh eine Online-Shopperin bin. Aber junge Mädchen müssen oder Jugendliche müssen mit ihren Freundinnen zusammen shoppen gehen können und Shopping-Erlebnisse haben. Das ist ganz wichtig. Und ich sage mal so, junge Mädchen, ob die dann zu C&A gehen, das weiß ich nicht. C&A hat ja auch eine junge Linie. Clockhouse, glaube ich, heißt sie, wo ein bisschen jüngere Mode drin ist, auch in größeren Größen. Aber wo sollen denn die jungen Mädchen hingehen? Oder generell, wo soll eine dicke Frau...